Grüß euch! Sehr gut! Also ich werde euch jetzt ganz kurz zeigen, wie das Thema Genuss und Kaffee wirklich entsteht. Kommt mit! So, damit wir das kriegen, was wir da in der Tasse haben, ist der Ursprung die Pflanzen. Die wächst tatsächlich beim 20. bis 28. im breiten Grad nördlicher und südlicher Breite. Was aus der Pflanze dann rauskommt, sind die Kaffeesamen. Das ist eine Arabica Samen und das ist ein Robusta Samen. Das sind dann tatsächlich die Rohkaffees. So, und was jetzt das Geheimnis ist von der grünen Bohne, die wir brauchen, damit wir die fertige braune kriegen, die wir dann verwenden können in der Kaffeemaschine, ist dann der Röstvorgang selber. Und wie das genau funktioniert, zeige ich euch jetzt. Dazu brauchen wir unseren klassischen Trommelröster, Kontakttrommelröster, den wir jetzt befüllen und gleich befeuern werden. So schaut jetzt das fertige Produkt aus. Das ist jetzt eine schöne, reinsortige Arabica-Bohne, die wir gerade gerüstet haben, mit einem Kontakttrommelröster. Sprich, das heißt schonendes Röstverfahren mit 25 Minuten Röstdauer. Das heißt, die Bohnen haben tatsächlich keine Säure mehr, sie sind sehr gut verträglich und sind sogar basisch mit dieser Röstdauer. Schauen wir uns das in der Maschine an. Den fertigen Kaffee malen wir jetzt in unserer Mühle, bereiten ihn perfekt zu in der Espressomaschine. Und wenn man wirklich alles richtig gemacht hat, dann hat man einen gesunden, aromatischen, frischen Kaffee. Los, näschmecken!